so hallo Leute und zum nächsten Part von Battlefield Heroes ja heute spielen ganz anderen Modus die Rakete holen einfach erst mit gilt immer am besten die Rakete behalten wie lange man die Rakete behalten muss und erstens das ist die Zahl schief der Verhoffnung im Kunde schweiz schweiz Hör hier gibt es sozusagen keine Debs, also die Debs werden nicht angezeigt, es werden angezeigt die Kills, die Punkte und natürlich wie oft du eine Rakete geholt hast, also der Overtast, ne ist ja eigentlich ganz logisch ich finde die sollten zwar noch irgendwie die Debs mit einbringen, aber da kann man nichts machen ich finde auch schade, dass Battlefield so die Server vernachlässigt, also bei denen habe ich aber mies geklaut, also dass man sich kein Server irgendwie aussuchen kann, sondern auf irgendeinen Server kommt da einfach echt sinnlos, dass es einfach gar nicht mehr richtig läuft und die richtig überpowered sind da, ey, ich weiß nicht, dass sie gar nicht mehr Krippkarten sind, ne das ist echt scheiße, finde ich echt kacke, aber sonst finde ich das ganz geil, das Spiel ist richtig leicht, da braucht man keinen Skill, ne ich weiß nicht, wie viel finde ich, also ich hab's einfach angefangen zu zocken und dann hatte ich schon, war ich genau so gut wie ich jetzt bin eigentlich Ok klar gibt's ja noch, nach einer Zeit kommen Taktiken dabei und dies alles, aber das kommt nach einer Zeit und dann welche Fähigkeit wie du einsetzt Niedergeklaut, ey Oh man, ey Ich bin, glaube ich, in diesem Park der Klaumeister, so Oh, schon wiedergeklaut, haha Dann geht's ja nicht gleich hin, aber ich höre ich auch Was war's? Oh, wegschieden Oh, ich bin hier oben da 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 Ouh Na, so hab ich jeden Fall auf jeden Fall noch nie gespielt, so offensiv Weil eigentlichまり ganz mehr Gegner ohne genug um mich zumindest bis zur Mitte zu kommen Ich sage هذا auch, dieser Funktion Was das noch sein soll, wie das heißen soll ist auf jeden Fall überpower er ist richtig richtig gut hat auch wenn so eine kleidung da keine ahnung ja ich glaube wir spielen noch mal an die map da mache ich jetzt erst mal keine pause 6 geht klar ich brauche noch 1000 punkte da habe ich ein zweites ziel fertig dann geht es schon klar naja vielleicht werden wir jetzt level ab oder ich hatte zwar eben diese grüne leiste da war fast fast voll 6 heute sei ich jetzt in dieser Runde wünsche ich allen viel spaß hier bei diesen gelben und ja viel Erfolg schon ist ja langweilig weil ich ja so fort jetzt wiederholen und sammeln wow wow boom wegfetzen die 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 nie die nie andere e die left das das hasse wenn die sie unsichtbar machen und jetzt haben ja noch die rakete scheiße so naja ich glaube ich spiele noch meine taktik ein bisschen meine taktik geht doch auf zack ja ja das ist das ist das ist das das Ich bin ein bisschen glücklich. Oh, ist das so hart? Kann ich es so hart? Nein, nein. Nein, ja, ich bin ein Steiger. was passiert ist ja auch gar nicht schlecht mehr bei Kill-Behold Ah, ich müsste Irgendwelche könnte man sehen oder als ich die von uns ja, ich kann das noch nicht so machen was passiert ja, ich bin recht, ja, ja Ah, ich weiß nicht Ah Mann, äh, ja die Lieder verdrückt werden mit Knöpfen und die Runde ist man in Sieg gar nicht so ich hoffe, ich komme ins Leben nur 16 aber guck, locker Sorry, sorry, aber ich konnte nicht so schnell kommen. Oh, ey, der hat nicht so schnell. Der hat nicht so schnell. Der hat nicht so schnell. Ah, der hat nicht so schnell. Ah, der ist 6. Nein. Vielen Dank. Das ist jetzt nicht der euch verkackt. Boah, was war das denn? Der mit seiner scheiß Sniper, man ey. Wie ich dieses Snipertypen hasse. Oh Das war's. wow auch auch nur scheiße finde ich hier dass die Panzer richtig scheiße das heißt scheiße die machen nur richtig hier irgendwie ich glaube ich noch einen boah naja scheiße auf den das war der sterbe wo gibt er mir das war natürlich er hat mich auch zuerst angepasht hätte mich bestimmt nicht angepasht hätte mich eh nicht geholt aber ich habe ein Messer das ist ein Schlag gut mal das waren die die rakete trisch sich hintermander sehr viel davon abgestoppt aber scheiße jetzt hat er ja abgestaut sieh gut hauptsache gewonnen naja den Part benden wir auch mal tschüss